100.000 Abonnenten auf RentenBescheid24.de Meine Damen und Herren, heute ist es vollbracht, 25.08.2023. Der 100.000. Abonnent hat sich sozusagen auf RentenBescheid24.de eingeschrieben. Ich zeige Ihnen das mal. Hier, ich habe es grün angemarkert, ist es geschehen. Wir haben 100.000 Abonnenten auf unserem Kanal. Liebe Community, ich bin wirklich richtig überwältigt und voller Dankbarkeit, Ihnen das heute mitteilen zu können, dass unser YouTube-Kanal von RentenBescheid24.de die unglaubliche Marke von 100.000 Abonnenten erreicht hat. Es ist schon fast schwer in Worte zu fassen, wie sehr mich Ihre Unterstützung berührt hat und berührt. Und nicht nur das, seit Beginn unseres Kanals haben uns fast 880 Millionen Zuschauer gesehen. Das ist eine Wahnsinnszahl. Auch da, herzlichen Dank, das ist Rentenwahnsinn. Von den ersten Schritten auf diesem Kanal bis hin zu unserem heutigen Meilenstein haben wir gemeinsam viel erreicht. Ihre Treue, Ihre Kommentare, Ihre Likes und das Teilen meiner Inhalte haben zu diesem Erfolg maßgeblich mit beigetragen. Und deshalb von Herzen danke für Ihre Zeit, Unterstützung und auch Ihr Vertrauen. Dieser Meilenstein ist nicht nur mein Erfolg, sondern auch Ihr Erfolg. Herzlichen Dank. Nochmals 100.000 Mal rentenstarkes Dank an Sie. Und eines kann ich Ihnen sicher versprechen, meine Damen und Herren. Wir sehen uns bald wieder. Ich freue mich auf eine weiter wachsende Gemeinschaft, Community auf RentenBescheid24.de. Und wenn Sie Lust haben, schauen Sie auch sich meine Videos auf meinem neuen YouTube-Kanal Eine bessere Rente für alle Generationen an. Auch ein Herzensprojekt von mir. Mit großer Dankbarkeit, Ihr Peter Knöppel